Hallo Peter. Ja hallo Thomas. Ich glaube wir gratulieren gemeinsam Kasachstan zum Gewinn des Kokhba-Bewerbs bei den World Nomad Games in Astana 2024. Sie sind jetzt vor wenigen Stunden, Tagen zu Ende gegangen. Kokhba kennen wir alle, das übersetzt quasi ziegegreifen. Buskashi heißt es auf Persisch. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist extrem lustig, da sind Menschen auf Pferden und versuchen sich gegenseitig eine Ziege wegzunehmen, die jetzt mittlerweile halt aus Plastik ist, nicht mehr echte Ziege und dann müssen sie die in so ein Behältnis reintun. Es ist extrem lustig und das sind die World Nomad Games und das gibt es anscheinend alle zwei Jahre und das sind halt so Kasachstan, Kyrgyzien und Russland ist dort auch dabei, die dürfen ja sonst nicht so oft wo dabei sein und extrem lustig. Wie gestern in einem deutschen, ähnlich Welt irgendwas, Journalformat oder so zu kreisen, habe ich das gestern gesehen, hat mich sehr gefreut. Die haben das auch als besondere, ungewöhnliche Sportart ausgemacht und das deswegen da präsentiert. Aber ein großes Ding, diese World Nomad Games, ist echt irre. Jeder, der mag, kann sich irgendwie dort, wenn jetzt Österreich dabei wäre, könnten wir uns auch, man müsste nur in traditioneller Kleidung aufkommen. Das ist quasi wie Aufsteirern, für die, die in der Steiermark daheim sind und das kennen. Nur halt, das ist ein sportlicher Bewert dann. Aber ich wüsste nicht, was wir dann machen. Wir würden wahrscheinlich so, tun wir nicht so Nägel irgendwie, in den Baumstimmen rein, genau. Aufsteirern, ist ein großes Fest in Graz, das leider auch dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen ist am vergangenen Wochenende. Ich bin auch da, hallo. Hallo Thomas, sorry. Unglaublicher Monolog zu Beginn von Peter Karl Wagner. Ja, sorry, das ist so lustig, ich habe das gestern gesehen, das muss ich reinbringen. Klasse, sehr lustig. Wie geht es dir sonst? Danke. Aber du trinken, du mal jetzt oder später? Wie, du mal später, oder? Du mal später. Du mal später. Also wir trinken jetzt Wasser einmal, habe ich gesagt. Genau, der Welt trinken wir Wasser. Ach so. Wir haben beide, Prost, hallo. Prost, auf die Nummer eins in Linz. Der Derbysieger. Der Derbysieger, Derbysieger. Ja, bravo, blau ist Linz. In dem Fall können wir dann eh gleich, gehen wir gleich voll rein. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich willkommen zur 216. Runde von DBL-DW. Willkommen zu einer sehr, sehr komischen Zeit aktuell, würde ich mal sagen. Sehr, sehr zachen Zeit. Grüße gehen raus an alle, die es aktuell nicht ganz so einfach haben da draußen. Vor allem nach diesen unfassbar zachen Wochenende mit Überschwemmungen, Überflutungen und Unwetterschäden. Ich hoffe, euch geht es soweit allen ganz gut und wir können euch ein bisschen ablenken vom Alltag da draußen, der jetzt in den letzten Tagen nicht ganz so lustig war. Leider, Fußball rückte so ein bisschen in den Hintergrund, wie man so schön sagt, muss man sagen. Es sind auch wirklich sehr, sehr viele Spiele nachvollziehbarerweise abgesagt worden. Das ist eh schon im Vorhinein befürchtet worden. Da ist er mittlerweile relativ gut bei diesen Vorhersagen. Und im Endeffekt hat es dann aber zumindest drei Bundesligaspiele gegeben. Drei aus sechs in dem Fall. Also nicht gespielt worden sind Salzburg gegen Klagenfurt, Hartberg gegen Tirol gegen die WSG und die Austria gegen Sturm in dem Fall am Sonntag ebenfalls nicht. Dafür haben wir drei Partien, die gespielt worden sind, über die wir natürlich auch dann noch sprechen wollen und werden. Fahrplan? Linz Adabi, GRK Alltag, WRC Rapid, Halbes Auge, Orakel, Auto. Oh wow. Ja, dazwischen Werbung. Da bitte was zum Trinken. Ja. Wollen wir mit dem starten? Sollen wir damit starten? Wollen wir mit dem starten? Bitte. Junior Adamu, Adamu, Junior Adamu. Ja, ist ziemlich gut, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch, Junior. Wieder zwei Tore. Danke, du schaust auf unseren Zuckerhaushalt. Danke. Cheers. Heute übrigens, Prost. Heute war es besonders toll im Shop deiner Family, weil die Cynthia Dienst hatte am Vormittag. Also im Nachhinein muss ich raus nach Linz wieder. Spielt er jetzt beim LASK, ist ausgeliehen. Gehört noch der Austria, geht in St. Pölten weiter in Schule und konnte dort aber nicht hin, weil wir eh schon wissen. Wir sollten vielleicht ganz kurz, bevor du weitererzählst, erklären, warum wir heute wieder... Ach so, ja, stimmt. Jeder weiß es ja noch nicht. Ja, weil wir halt durch KIKRT, durch unsere Kooperation, vielen Dank an alle, die neu dabei sind. Ja, ich bin zum ersten Mal seit der KIKR-Kooperation jetzt mit dabei. Ah ja, stimmt. Letztes Mal habe ich es hier alle gemacht. Richtig. Ja, ich bin auch noch da. Wir sind da doch auch zu dritt. Und da sind ja doch ja einige dazugekommen. Vielen Dank dafür. Ist schon lässig. Warum trinken wir Ginger Beer auf Junior Adamu? Also ja, wir haben... Junior Adamus Vater betreibt einen Afroshop, der sich direkt in meiner Straße befindet. Also wirklich tatsächlich drei Häuser weiter. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich festgestellt habe, dass das der Papa ist. Aber aufgrund dessen, dass da ein Red Bull Salzburger Auto immer draußen gestanden ist. Und ich dachte, okay, könnte sein zu schwer. Es sind auch ein paar Wimpeln im Ding und wie immer. Und dann haben wir halt zu reden begonnen. Und irgendwann war dann der Junior und mit der Cynthia, mit seiner Schwester, die eben auch Fußballerin ist in der Admiralfrauen-Bundesliga mittlerweile, waren dann bei uns zu Weihnachten zu Gast, zu einer Bonusrunde. Und da habe ich ihm das dann auch erklärt und davor eigentlich schon gemacht. Unter dem Hashtag Ginger4Junior habe ich immer ein Ginger-Bier gekauft, wenn der Junior ein Tor geschossen hat, weil Ginger, rothaarig und so weiter. Wir wissen schon. Ist eigentlich entstanden damals in seiner Zeit bei St. Gallen, wenn ich mich recht entziehen, wo er relativ viel getroffen hat. Und er weiß es auch, dass das passiert. Und die Cynthia hat mich heute auch erkannt. Und dann habe ich die zwei Ginger-Bier und die sind jetzt relativ schnell... Ah! Weil er getroffen hat. Genau, die Cynthia hat es auch natürlich noch gewusst. Und ja, es war eine trockene Zeit das letzte Jahr. Schwierige Zeiten bei Freiburg, aber jetzt läuft es ja. Und nach den zwei Toren im Cup jetzt eben der erste Doppelpack in der Bundesliga. Wir haben etwas für dich vorbereitet. Was? Hör mal zu. Ganz viele liebe Grüße nach Graz. Ja, Peter, ich hoffe, es dir schmeckt Ginger-Bier von meinem Vater. Ich hoffe, du genießt es. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe mich echt gefreut, dass du zwei Tore... Die ersten zwei Tore für die nächste Jahrzehnte treffen. Und ja, ich freue mich schon, auf mehrere Tore zu schießen. Und damit du auch entspannt mehr Ginger-Bier trinken kannst. Dann einen schönen Abend. Schönen Tag. Großartig! Der war jetzt großartig. Das ist ja lustig. Danke an Fabio fürs Organisieren. Er hat vorher schon zu mir gesagt, der Fabio, denk an mich nachher. Ja, lustig. Ja, das freut mich sehr. Liebe Grüße zurück, Junior. Ja, es schmeckt. Und ihr seid ja... Gerade wenn es zwei Tore sind, seid ihr ja auch in der Team, weil dann könnt ihr ja mittrinken. Ja, voll. Ja, wer nachhören möchte, wie viele Ginger-Bier Peter in den letzten Jahren getrunken hat, sehr gerne. Ja, Junior Adamu ist für einen guter Start, dass uns weitere Bundesliga-Stars auch und Ex-Bundesliga-Stars auch weiterhin hören. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Jetzt aber zurück zur Admiral Bundesliga. Denn ja, mit dem Linzer Davian. Ganz großes Spiel. Eben eines dieser Spiele, die da auch wirklich gespielt worden ist. Blau-Weiß-Linz hat alles dafür getan, dass er auch dieses, der ja auch gespielt werden kann. Vollkommen zu Recht auch. Ich finde auch aus sportlicher Sicht sehr, sehr wichtig, dass sie das auch durchgezogen haben. Denn beim LASC weiß man, wenn die wahrscheinlich in Form kommen in den nächsten Wochen, dann wird es ein bisschen schwerer. Jetzt aktuell angeschlagen, angekratzt mit neuem Trainer und mit vier Niederlagen in Serie in dieses Spiel gekommen. Und da hat man zu Recht alles getan dafür, um es auch umzusetzen. Der Fabi war auch dabei und hat uns dann in die... Boah, das Gingerbeer, das stoßt richtig auf. Aber es ist sehr gut. Fabi hat uns in unsere WhatsApp-Gruppe dann geschrieben, es ist schon wieder eine Scheible in einer Masterclass. Und Blau-Weiß-Linz gewinnt das Linzer-Tabby mit 1-0. Wieder einmal mit einem Tor von Ronny Waldo. Unglaublich. Ja, fangen wir dort an, dass Stefan Wieser von Christoph Beschek als MacGyver, der von Blau-Weiß-Linz bezeichnet wurde, ist ja wirklich ganz charmant. Also der ist ja zuständig für Stadionmanagement, Infrastruktur und wie auch immer. Und der hat diese Idee gehabt, beim örtlichen Lagerhaus ein paar Planen zu... Ich meine, das ist jetzt nicht die uneiligendste Idee, aber trotzdem muss man das auch mal machen und drauf kommen. Und dank dieser Planen hat es dann tatsächlich funktioniert, dass die Spiele haben können, und war natürlich auch, Beschek hat es im Vorhinein gesagt, natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, natürlich auch klar ist ausverkauft und so weiter. Tolle Geschichte, dass es stattfinden konnte, mal grundsätzlich. Und übrigens auch jetzt als Info noch einmal, ja, das schaut im Hofmann Personalstadion, heißt es glaube ich, oder? Das schaut immer so aus, als wäre es nicht ausverkauft, weil es halt dort rüber filmt. Also es filmt ja nicht auf die VIP-Club-Seite, sondern auf diese Seite, wo relativ wenige Reihen sind. Aber es ist tatsächlich ausverkauft, weil die Leute gehen nur, wenn es dann regnet, gerade gehen sie weiter rauf und setzen nicht unten sitzen, einfach weil es der angenehmere Ort ist. Und dann hast du einfach diesen Stehplatz eher. Und das wirkt dann immer so, als wäre es nicht ausverkauft. Und das liest man dann immer auf X und überall und so, es ist nicht ausverkauft. Aber nein, es war ausverkauft. Ja, und es war ein sehr, sehr gutes Spiel aus Sicht von Blau-Weiß-Linz. Bei den Linzern sind sechs Spieler neu in der Formation gestanden. In dem Fall, was Marco Schopp ja verändert hat. Nicht mit dabei. Dann doch überraschend. Jerome Boateng, der war gleich gar nicht im Kader. Er war angeschlagen unter der Woche, habe ich gelesen. Aber trotzdem finde ich schon, wir haben da so einen Kommentar bekommen auf YouTube, das wohl so in die Richtung, so ja, Gruber sagt ja, dass Boateng spielen muss. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Da haben wir, den Einblick haben wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon, war auch, dass es mich ein bisschen überrascht hat. Aber andererseits hat es mich auch nicht überrascht nach den Leistungen, die ich von ihm gesehen habe, die letzten Wochen. Also der ist sicher noch nicht dort. Und Schopp hat es ja auch dann gemeint, im Vorfeld, dass sie in erster Linie mal schauen müssen, dass sie ihn dorthin bringen, dass er wieder voll fit ist und dann würde ihnen helfen. So wie man gelesen hat, war er bei der Salernitana auch nie fit. Also ja, wir werden sehen. Smolcic rein, Usor rein, Tibidi rein, Taui rein und Bejo rein. Dazu eben noch Laval, der aber dann auch wieder raus musste mit einer Muskelverletzung nach 54 Minuten. Geholfen hat es in dem Fall nichts, weil eben Blau-Weiß-Linz mal wieder überragend gespielt hat und mal wieder super eingestellt war und eben zu Hause auch mittlerweile auch zu Heim macht wird. Das ist schon eine Ansage, was die drauf haben, mit unter Anführungszeichen im Vergleich zu Lask diesem Kader. Das ist schon richtig stark. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt jetzt wirklich genau diesen Unterschied zwischen einer Mannschaft, die funktioniert und wächst und ein System verfolgt seit längerer Zeit unter einer, die halt nicht funktioniert und halt die Lask-Fans sind ja alle sehr, sehr kritisch schon mittlerweile und da fallen dann ja auch so Wörter wie Söldner-Truppe und so weiter. Also das ist schon natürlich schwierig, weil da viele gute Leute zusammen kommen auf einen Haufen, aber es halt nicht wirklich eine Mannschaft ist und sie auch nicht performt. Habt ihr auch nicht was gelesen, dass es uns schöne Dinge von Bärischer gegeben hat, sondern halt beim Rausgehen, wie er kritisiert wurde und so weiter. Man weiß es nicht genau, aber jedenfalls ja, Blau-Weiß sicher, aber auch, muss man im Gesamten schon noch sagen, ein besserer Kader als letztes Jahr. Also schon klare Verstärkung, wenn du anschaust, Diabaté ist jetzt auch noch leihweise gekommen, der hat auch gleich gestartet, aber wenn du anschaust, dass du jetzt Goihinger dazu hast und Anderson vor allem, sind für mich zwei so Faktoren, die wirklich richtig gute Spieler sind, also sehr gestandene Bundesliga-Profis. Birkli ist jetzt doch auch geblieben, Ronny Waldos sowieso, Simon Seidel hat schon im Herbst letzten Jahres dann langsam so aufgezeigt, dass er jetzt den nächsten Schritt gemacht hat, hat im 2021 jetzt so ein Längstach aufgezeigt, in Bosnien. Also die haben jetzt schon was zusammen und sind jetzt gewachsen. Witek übrigens auch, muss man auch wieder erwähnen, diese Tschechen, die da aus der Premier League geliehen werden, oder allgemein diese Ktorhüter, die geliehen werden aus der Premier League nach Österreich, die sind alle ganz schön gut. Ja, deswegen spinnt sie auch normalerweise in der Premier League. Ja genau, also zwei Situationen hintereinander, wo er dann auch sehr schön mit den Fans gefeiert hat, hat mir sehr gefallen. Ja, Blau-Weiß-Lins, voll großartig, schön auch wie Scheiblehner, gefühlt jeden Zweikampf mitbestritten hat, die letzten Minuten, und voll dabei war, haben wir dann auch ausgerutscht, Gott sei Dank nichts passiert, und Lars, klar, ich meine, was ist denn, wie sagt man so schön, gute Trainer, verliehen ihr erstes Spiel, oder? Oh, jetzt hätte sich der Fahrt wieder aufregend bei mir. Nein, aber es war jetzt schon auch klar, dass jetzt nicht so viel zu erwarten ist im ersten Spiel, ja, die brauchen dann schon aber der Zeit. Ja, weiß ich nicht. Oder siehst du das anders? doch ein bisschen, weil mit dem Kader muss man schon erwarten, dass es auch, vor allem mit neuem Trainer und so weiter, da ist jeder motiviert, da will es jeder reinschmeißen, reinhauen, gerade bei doch mehr, wie sagen wir, vom großen Kader, ja, es gibt ein, zwei Leute, die uns da draußen dafür kritisieren, aber vor allem, die Dichte an potenziellen Fixspielern ist einfach in diesem, beim Lask einfach so hoch, und wenn ein neuer Trainer kommt, dann möchte ich mich da zu reißen, dann haue ich mich rein, dann schaue ich, dass ich dieses Spiel noch dazu im Terby, wo ich mich noch null motivieren muss dazu, oder dafür, dann ist es, ja, schon bitter, wenn du dann, unter allen Fingstzeichen noch einmal, ich weiß, Blau-Weiß Linz macht einen super Job, aber sie sind trotzdem noch hinter dem Last zu stellen, in allen Belangen, und deshalb ist es unglaublich, was die machen, Scheiblener gewinnt schon seit das zweite Terby in Folge, jetzt mit Blau-Weiß Linz, und ist aktuell, ja, sagt er, hat selber gesagt, ja, die Parameter, wir sind aktuell Nummer eins in Linz, auch wenn er es, das taugt mir so einem, relativ locker und nicht überheblich sagt, das ist einfach so Fakt, das macht er richtig gut, übrigens Ronny Waldo, vier Spiele, in den letzten vier Spielen viermal getroffen, aktuell der torgefährlichste österreichische Stürmer, er hat nämlich einen österreichischen Pass, richtig, hat er seit der paar Monaten, Ralf, wenn du das hörst, beruf ihn ein, wir brauchen vorne, aber wenn mich nicht, aber der Kicker hat ja diese, Kicker hat ja diese, macht ja immer montags, diese Zusammenfassung, diesen Stammtisch, und da ist das auch vorgekommen, also er hat das ja eigentlich, er hat dem ganzen Tag hier schon eine Absage erteilt, er fühlt sich eigentlich auch zu alt, ich meine gut, er ist so alt wie ein Autowitsch eigentlich, muss man auch sagen, oder so jung, könnte man auch meinen. nur das ist wichtig, wenn ich gesund bleibe, ist alles möglich. Er ist ja so ein sympathischer Kerl, das ist ja unglaublich. Wie war das mit dem Kopfballspiel? Für alle, die es noch nicht gehört haben, er hat das in seiner Wohnung damals, in Brasilien geübt, genau. Aber das Tor hat er diesmal, kann ich mit dem Kopf verziehen. Nein. Ja, beim Laske muss man schon noch dazu sagen, es war ja eigentlich, diese Woche war ja die, wo man gesagt hat, okay, jetzt sind ganz viele Spieler, die wieder zurückkommen. Robert Schul hat dann sich offenbar entschieden, noch nicht dabei zu sein mit Maske, weil er ja grundsätzlich mittrainiert hätte. Es hat ja bei Mustafa und bei Eintrup geheißen, dass sie wieder mittrainieren, und bei Laval auch. Jetzt ist es so, dass die noch nicht zum Einsatz gekommen sind, Laval ist zum Einsatz gekommen, jetzt kann man natürlich sagen, der ist zu früh zum Einsatz gekommen, weil der hat der Oberschenkelverletzung gehabt, jetzt hat er wieder einen, das ist natürlich total bitter. Der war am Boden zerstört, wie das passiert ist, und es dürfte da sehr schmerzhaft gewesen sein. Das hilft ihnen jetzt natürlich auch nicht, weil er eben, das hat der Fabius schon öfter angesprochen, natürlich diese Klasse noch drüber, über Siebenhandel, der ein sehr solider und routinierter Dorman ist, aber sicher nicht auf dem Niveau wie Laval. Ja, schwierig. Ich glaube trotzdem, man muss schon sagen, dass dem Last kommt, dann halt schon auch im Gesamten, wenn man es jetzt mittellangfristiger denkt, kommt ihnen jetzt schon sehr entgegen, dass es halt die Meistergruppe gibt und die Qualifikationsgruppe, also sofern sie jetzt dort dann reinkommen, das ist natürlich die Voraussetzung, aber das ist ihnen jetzt schon noch zuzutrauen, und die können dann schon im Laufe des Herbstes jetzt einfach Form aufbauen und Schopp wird seine Ideen besser einbringen können und mehr einbringen können. Es ist jetzt das, was Dara spielen wollte und das, was Schopp spielen will, ist jetzt nicht ganz so weit auseinander, das ist auch positiv. Was man halt schon merkt, ist, dass diese Mannschaft von der Führung sicher nicht einfach ist. Also du siehst das einem Lubitschitsch immer wieder mal an, diese Unzufriedenheit und da fragt man sich vielleicht bei der einen oder anderen Personalie, ob die nicht vielleicht ein bisschen drüber sind. Es gibt immer den Moment, gerade wenn du ein junger Spieler bist mit viel Talent und viel Niveau und es gibt Anfragen, dann gibt es immer den Moment, wo es vielleicht zu spät ist, sogar den abzugeben, weil der ja dann vielleicht sich schon woanders sieht. Und das ist bei Lubitsch zum Beispiel so ein Faktor, wo ich mir denke, da geht es ja seit Monaten schon immer wieder die Angebote und dann hat er die schlechte Phasen gehabt und dann hat er die richtig gute Phase gehabt. Schwierig. Es ist auch für Marco Schopp sicher schwierig. Das, was Hartberg ausgeschehen hat, war nicht nur der Spielstil, den ja Marco Schopp dort implementiert hat und die Spieler, die er dort geformt hat, sondern auch vor allem die Kabine an sich. Also die Stimmung in der Kabine, die ist bei Hartberg dann doch im Verhältnis zu anderen Bundesliga-Mannschaften sehr anders im Sinne von eher amateurhaft, im positiven Sinne. Ja, da steht einmal ein Kistenbier drinnen und da wird gefeiert. Da wird einfach einmal zusammenführt gegangen nach dem Spiel oder so. Da gibt es halt dann diese Dinge, die man als Mannschaft auch unter Anführungszeichen im Amateurbereich macht, im Unterhaus, ab plötzlich in der Bundesliga. Das heißt, das sind gute Freunde gewesen. Da hat einfach die Chemie gestimmt und die haben alle mitgezogen. Da hat jeder ganz genau gewusst, dann auf professionellem Weg, was es heißt, auch zu arbeiten und Gas zu geben. Die Frage ist halt, wie ist es beim LASK, ohne es ganz genau zu wissen. Ich kann mir nicht forschen, dass es eine andere Ansatzweise so ist wie bei Hartberg. Damit muss jetzt Markus Schopp auch mal umgehen. Auch hier die Hierarchien zu schaffen, dass jeder für den anderen rennt. Das kann irgendwie einer verneidig ist, wenn er mal einer abspielt oder nicht abspielt vom Tor oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die sind natürlich bei einem Haufen, wo ganz viele Kicker drinnen sind, die richtig, richtig gut sind, die Qualität haben, die alle spielen wollen, die sich nicht unterordnet wollen, die sagen, hey, was ist mit dir? Ich spiele sowieso besser als du. Sicher nicht ganz so einfach. Und ja, aber wie du so gesagt hast, gut, Ding war auf die Weile. Er ist ja nicht so lange da. Er muss jetzt auch einmal ankommen. Er ist ein überragender Trainer, das wissen wir. Das hat er immer wieder bewiesen und kann aus der Mannschaft richtig viel rausholen. Vielleicht auch schon im nächsten Spiel. Auf jeden Fall gar kein leichter Gegner. Schon am Samstag geht es dann gegen den GAK um 17 Uhr zu Hause dann. Die auch, ich würde sagen, nur nach Lechzen auch mal wieder zu gewinnen. In dem Fall nach 17 Jahren aus ihrer Sicht in der Bundesliga. Die unentschieden Könige der Admiral Bundesliga in dieser Saison. Sollen wir gleich rüber springen? In dem Fall können wir gleich rüber springen. Denn da ist es auch noch mehr eine Frage der Zeit, bis der erste Sieg kommt. Und wenn es dann wirklich in Linz passiert, ja dann ist der Fehlstart auch für Marco Schopp perfekt nach zwei Spielen. Ja, ich bin voll bei dir. Beim GAK habe ich wirklich das Gefühl, die sind überfällig, dass sie das erste Spiel gewinnen. Es war jetzt gegen Alltag, waren sie sehr knapp dran. Alltag hat immer wieder diese Spiele drin, wo man denkt, was ist los bei euch? Da soll ich das so die so, hä? Ich meine, okay, sie gehen früh in Führung, ja, Gustavo hat Santos in Überform derzeit, wie es man, aber sonst war das sehr wenig. Alltag ähnliches Tor wie gegen Sturm, wo sie dann auch fehlen im Aufbau, Konter, Puff und geht es da hin. Und das, ja, passt dann schon ganz gut rein. Aber der GAK kann einfach auch wunderschöne Tore erzielen, das hat man diese Saison auch schon öfters gesehen, vor allem zu Hause. Christian Lichtenberger, der einfach ein richtig guter Spieler ist, der auch, das wird so ein, das wird so ein, in der Art Simon Seidl, Simon Birkel bei Blauers Linz werden im nächsten Jahr. Der wird jetzt sicher mal akklimatisieren in dieser Saison und wird dann im nächsten Jahr ein richtig, richtig guter Bundesliga-Spieler werden, weil der einfach viele gute Anlagen hat und super linken Fuß hat, extrem guter Spieler ist und der da dem GAK noch viel Freude bereiten wird, solange er halt beim GAK noch spielt. Und wenn es gemeint ist, könnte man sagen, es wird eine Zeit, er ist 28, aber er hat es völlig recht, ich sehe das auch so. Der musste in der Bundesliga mal spielen, ist dann auch aus dem Unterhaus raufgekommen, damals nach Lafnitz und ist dann eben zum GAK auch gekommen, das ist schon ein richtig guter Spieler und was dem GAK noch fehlt, ist diese Kaltschnürzigkeit vom Tor, denn die Chancen, die sie sich herausspielen, sind ja da, also G-Bot alleine vom Tor, wo Helac übrigens, der zum ersten Mal gespielt hat, für Alltag richtig gut gehalten hat, ein super Spiel gemacht hat, da ist eben nochmal die Frage, wann passiert es beim GAK und natürlich wäre es ihnen zu wünschen, wenn es am Wochenende schon gegen Linz passiert. Auf jeden Fall, ich finde der GAK ist ja wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie du als Mannschaft entsprechend deiner Möglichkeiten auftrittst und sehr klar abwägst, wie viel Risiko du gehen kannst und wie du das Spiel anlegst. Also ich finde, dass das Messner wirklich richtig gut macht, ich habe sie ja schon erste Runde gegen Salzburg sehen und also diese Art und Weise, wie sie dann versuchen, sehr schnell, schnörkellos nach vorne zu kombinieren und gleichzeitig aber nicht so viel Risiko nehmen, also das gefällt mir wirklich gut und natürlich haben sie jetzt nicht diese Einzelspieler-Qualität da oder dort trotzdem gestern zum Beispiel oder gerade am Wochenende, je nachdem, wann man das hört, mit den drei von, mit Zay 10, G-Bot und Lichtenberger so hinter Stummspiel zu Wucic gefällt mir sehr gut, weil die alle drei natürlich kreative Spieler sind und gute Ideen haben und kombinationsstark sind, also das war wirklich, das ist schön anzuschauen und das ist, das ergibt alles, das ergibt alles wirklich Sinn und natürlich kann es jetzt, natürlich ist es schwierig, dass du diesen ersten Sieg feierst, aber ich glaube, der könnte dann so richtig befreiend sein und dann wird es der ganzen Mannschaft noch einmal irgendwie einen Push geben und ich bin voll bei dir, es ist überfällig und eher so von der, es ist jetzt nicht so, dass die Formkurve jetzt so auf und ab ist, sondern es ist eher so stetig, immer so ein bisschen mehr und ich glaube, dass es ganz bald so weit ist, dass sie den ersten Sieg feiern. Ja, vor allem haben sie auch auf der Bank, doch jetzt einfach, jetzt wo dann wirklich alle langsam fit sind, wirklich auch Qualität auch, muss man sich dann einmal auf der Zunge zu gehen lassen, wenn man da einen Rosenberger, Frieser, Maderna und CQ eintauschen kannst. Dazu noch Ganschnig und Perch, dort auch keine Nockerbatzel, wie man so schon sagt. Also das ist schon einmal in Ordnung, das haben nicht viele Aufsteiger, dass sie von der Qualität her solche Spiele auf der Bank haben, auch wenn genau diese angesprochenen vier, die dann auch reingekommen sind, aktuell nicht in Topform spielen. Allen voran die beiden vorne mit Dani Maderna, der leider noch ein bisschen braucht, auch jetzt zu Beginn ein bisschen verletzt war, aber der auf jeden Fall letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt hat, wo das Tor steht und dass er es auch machen kann. Auch in der Bundesliga gezeigt hat, bei Alltag damals, dass er Tore machen kann. Auch, was man natürlich noch erinnerst, der ist ja gewechselt von Amstetten, wenn ich es im Kopf habe, Amstetten zu Alltag, hat dann ein halbes Jahr gebraucht. Bei Alltag hat er fast gar nicht gespielt, gar nicht getroffen und hat dann im zweiten Halbjahr sofort von Anfang an getroffen. Vielleicht ist es das wieder, dass er ein bisschen braucht in der Bundesliga, um dann auch wieder Fuß zu fassen. Hat er damals dann, keine Ahnung, sechs Tore gemacht in der Rückrunde und ist dann sofort weitergewechselt zu bewähren in die zweite belgische Liga. Also der ist schon auch ein Spieler, dem auch ein bisschen die Zeit geben muss, so wie der ganzen Mannschaft. Und wie gesagt, das sagen zwei Sturmfans, die da sitzen. Der GRK ist überfällig für den ersten Sieg wieder nach 17 Jahren in der Admiral Bundesliga. Und da wir dürfen es dann eh verlieren. Aber genau, er soll bitte vor 19.10. passieren. Richtig. Aber Madejana ist schon noch ein gutes Stichwort. Das ist völlig richtig. Das war schon der Spiel in der zweiten Liga, der natürlich sehr wichtig war. Der hat 15 Tore und 9 Sits gehabt in 27 Spielen. Also das ist schon der natürlich, der dann oft ein wichtiges Tor zieht hat und das fehlt dir natürlich jetzt ein bisschen. Das ist natürlich schon ein Faktor. Und das war ja ähnlich letztes Jahr in der zweiten Liga. Ich habe mir doch ein paar Spiele dann auch angeschaut und das war dann so, dass die jetzt nie überragend gespielt haben, aber dann immer wieder die Partie gezogen haben mit einem Standardtor, mit einem Madernertor, mit einem Lichtenberger Tor. Da sind dann einfach diese ugly Goals, wie der Herr Messner gesagt hat. Ah ja, das war das Zitat der Runde. Genau diese haben sie im letzten Jahr gehabt, wo sie gesagt haben, dass das Spiel schon wieder gezogen haben, die eben richtig schlecht gespielt über das ganze Spiel, über 90 Minuten, aber hinten raus ein Standard und der ist drin und das haben sie nicht. Das spielen sie gut, oft sogar sehr gut, aber können sich nicht belohnen. Also wenn dieser Switch wieder kommt, dann dürfen wir gespannt sein, was für den GK noch möglich ist in dieser Saison, weil ich finde, dass der Kader doch sehr gut ist und sicher noch besser wird, weil eben genau diese angesprochenen Spieler, Zeitzin, Lichtenberger, Chipot, Vucic, sich alle noch ein bisschen akklimatisieren und dann geht es dahin, glaube ich. Also es schaut ganz gut aus. Und das ist natürlich der Unterschied. Die ugly Goals sind natürlich wahrscheinlicher und diese Sieger, diese Knappen sind natürlich wahrscheinlicher, wenn du im Gesamten höhere Qualität hast als die meisten anderen Gegner. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Da ist es viel enger in der Bundesliga. Da gehört viel mehr dazu. Aber trotzdem, ich finde, sie machen das bisher, machen sie das bisher wirklich gut. Ich kann sich erinnern, wie Blau-Weiß-Lins reingestartet ist, versucht hat, in den Fußball weiter zu spielen, was überhaupt nicht funktioniert hat, die haben sich komplett adaptieren müssen und das muss man wirklich sagen, das hat der GK von Runde 1 an gut gemacht. Und ja, jetzt werden sie dann bald einmal gewinnen. Ich kenne den GK auch. Alltag ebenfalls. Und Alltag wird nächste Runde wieder wahrscheinlich total gut sein, weil sie sind... Aber Alltag darf man nicht vergessen. Die haben mit Gustavo Santos den aktuellen Topscorer der Liga mit sechs Toren. Mit Pérez, Demarco, Edrogo und Ingolic, weil man das auf diese vier in der Linie sieht. Und die Dreieckette mit Koller, Kuganik und Estrada doch auch. Eine gute Mannschaft. Auf jeden Fall. Auf der Bank kommt dann jetzt noch ein Kameri, der er jetzt dann auch reinfinden wird, weil er einfach richtig gut ist. Ein Fahdinger, der mit dabei ist. Jäger war nicht im Schnauform, sondern jetzt. Die ihm schon eine ganz andere Breite ist. Eben. Friedrichhaus, da sind schon einige Spieler dabei, die auch noch erzünden können und auch werden. Also wir haben es eh schon hundertmal angesprochen. Für uns bei DWDW ist es eine der besten Bundesliga-Saisonen seit langem. Vor allem was die Dichte an guten Mannschaften und ausgewohlenen Teams betrifft. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Saison sein wird. Und deshalb kann man auch mit einem 1-zu-1 zu Hause ein alterer GAK-Fan rückleben. Auch wenn es natürlich dann bitte ist, weil gerade diese Spiele solltest du auch zu Hause ziehen. Irgendwann wird es auch dann, das muss es dann irgendwann einmal sein. Jetzt, nächste Runde, wir haben es schon angesprochen, auswärts gegen den Lask, wird es noch kein Muss sein. Da nimmt man auch die Punkte mit, auch wenn sie in der Tabelle einen Punkt dahinter sind. Aber trotzdem, gegen die Linzer braucht man nicht jetzt von einem Sieg träumen oder zumindest rechnen. Mit träumen kann man immer. Übrigens lustig, wenn man Lukas in Fahnen heißt, hat man hohe Chancen, bei alterer Vertrag zu bekommen. Offensichtlich, weil es sind den Lukas Friedrikas, den Lukas Fardinger, den Lukas Jäger und den Lukas Guganik. Lukas Iversberger würde dort eigentlich auch noch gut hinpassen, finde ich. Ja. Da fängt es mal zufällig auf, das ist eigentlich lustig. Ja, das ist sehr lustig. Gibt es einen Lukas Hedl? Gibt es einen Lukas Hedl? Gibt es einen? Aber einen Tobias und einen Niklas gibt es. Aber wie heißt denn der Dritte? Das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Nein, voll gut. Wie heißt denn der Dritte schnell? Gibt es einen Dritten? Ja sicher, der Dritte. Der Raimund. Ja, das ist der Ältere. Es gibt ja nur einen dritten Dormann. Das weiß ich gar nicht. Der auch Dormann ist. Wenn der Lukas jetzt heißt, dann ist es ein Wahnsinn. Bitte. Nein, er heißt leider Philipp. Ja, es ist ein Philipp. Dann wäre es natürlich die überragende Überleitung. Es ist Philipp mit einem L und einem P. 15 Jahre alt. AkerRapid U16. Schade. Ja, aber du hast es probiert. Aber es war trotzdem nicht schlecht. Ich finde die Überleitung war trotzdem gut. Kommen wir zu Rapid und dem Unentschieden gegen die Wölfe. 1 zu 1. Ja, das ist halt... Ich finde... Ja, interessant, dass das... Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die Partie ja auch eine von den beiden Mannschaften gewinnt. Weil die sind ja beide... Die haben ja beide enorm hohe Qualität. Und die haben mir gedacht, dass entweder Rapid so drüber fliegt oder dass da WRC drüber fliegt, weil die ja auch eine gute Mannschaft haben. Natürlich gehen solche Spiele dann auch einmal 1 zu 1 aus. Auch wenn... Gerade wenn es so ist, dass die eine Hälfte eher der einen Mannschaft gehört und die andere eher der anderen. Muss man aber schon sagen, dass Rapid natürlich jetzt eine weiterhin schwierige Situation in der Offensive hat. Weil der neue, der Ryan May... May? May? Wie heißt er? Ja, so irgendwie nicht. Konnte ja dann leider doch nicht spielen. Dafür ist dann Wurmbrand mit seinem Debüt... Also muss man aber sagen, hat man schon schlechtere Debüts gesehen, oder? Ja, also... Mein Bruder, der ja in der zweiten Liga bei Volzberg kickt, hat mir schon erzählt, der ist unfassbar gut. Der wird schneller mit dem Ball, gell? Da gibt es wenige. Gefühlt, das letzte Mal hat er damals erzählt, der ist unfassbar gut, über einen gewissen Karim Adeyemi, der damals bei Lieferung gespielt hat. Also ich traue dem Herrn Wurmbrand jetzt auch vieles zu. Mark my words, ich habe den jetzt zwei, drei Mal gesehen, in der zweiten Liga und jetzt auch bei den Highlights bei diesem Spiel. 18 Jahre jung, der Herr Wurmbrand in zwei Jahren auf jeden Fall heißer Kandidat für die WM 2026, falls wir uns qualifizieren in den USA und Kanada für das österreichische Nationalteam. Weil eben Ralf Rangnick gerade dringendst nach Stürmensucht, dringendst nach Typensucht und der bist du deppert. Das ist... Ich liebe Fußballer, ich liebe junge Fußballer, die so unbekümmert sind, so von Dynamik sprießen, die jetzt einfach alles scheißegal ist, die einfach drauf loskicken. Und nicht nachdenken, ob der ältere, zehn Jahre ältere neben mir jetzt gerade Brennhaas ist, weil ich den Ball nicht um mich spiele. Ist mir scheißegal, der spürt einfach sein Spiel runter und das ist unfassbar und zu Recht. Also das Bittere ist, aus Rapidsicht, der hat ja deswegen nur gespielt, weil 17 andere Stürmer vor ihm verletzt sind. Also ich bin gespannt, wenn die alle wieder fit sind, wird sich wahrscheinlich einer der größeren, älteren, hinten anstehen dürfen. Weil wenn der so weiterkickt, wird der nicht mehr lang in der zweiten Liga bei Rapidspielen. Auf jeden Fall, Jansson war ja auch nicht dabei, der Shootingstar, der letzten Spiele oder der bisherigen Saison bei Rapids. Von uns natürlich heraufbeschworen, dass es nie treffen wird. Nein, von Fabio vorhin, muss man sagen. Nein, aber Wurmbrand übrigens mit 18 Jahren und 253 Tagen, auch das übrigens auf Kika.de gelesen, nicht der Jüngste bei seinem ersten Bundesliga-Treffer. Also Menschen wie Andi Ivanschitz, Jusuf Demir, Weli Kablak oder auch Luz Schaub waren Jünger. Der hätte die Partie entscheiden können. Rechtsanwaltssohn steht da übrigens. Ich finde, weil das steht eindricksamer Familie, dann muss ich sagen, also Rapid hat schon, also Wurmbrand und Querfälle in den letzten Jahren schon ganz geil. Also ich muss sagen, ich mag solche Namen, ja. Das ist schon ganz cool. Luz Schaub, weil du ihn angesprochen hast, hat dann die, ja, den Hunderter am Fuß zum 2 zu 0. Das wäre vielleicht eine kleine Vorentscheidung gewesen. Dann geht es mit dem 1 zu 0 in die Pause für die Grünen und dann kommt der WRC richtig stark aus der Kabine und dreht beinahe die Partie. Er zielt in Anführungszeichen dann nur das 1 zu 1 durch Zuckitsch, mal wieder Zuckitsch. Schöne Hütte, muss man sagen. Bis jetzt ein Top-Transfer auch aus WRC-Sicht. Also das ist schon einer, der richtig, richtig gut ist, der einen super Fuß hat und irgendwie ja Michelindl-Vibes versprüht da im Lavantal. In dem Fall auch wieder mal getroffen, nicht nur vorgelegt, gehört auch zu den Topscoren in der Liga aktuell. Also der WRC ist sehr, sehr gut drauf. Zweite Hälfte deutlich besser als noch in der ersten und dann haben sie dann doch ein bisschen auch das Glück, die Rapidler, dass sich das noch rausgeht mit dem 1 zu 1. Bei Rapid und deshalb müssen wir noch meine Überleitung noch erklären, warum Niklas und Tobias und nicht Lukas Hedl. Niklas Hedl, Kemmer, Nationalteam-Goalie, Tobias Hedl, so wie Nikolaus Wurmbrandt, von der zweiten hochgezogen, ebenfalls vorne drinnen, ebenfalls ein sehr guter Stürmer. Auch der hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert. So ist es. Ich meine, das wäre echt irre, wenn der Philipp Hedl dann auch noch reinkommt. Wobei das ist, ja gut, wenn halt da, wenn der, Richtig irre, wenn der Lukas Hedl reinkommt. Ja, das ist ja irre. Ja, mit dem Raimund drehen, was da los ist. Ja, ich verstehe auch nicht. Ja, aber das ist schon auch, ist schon auch eine schöne Geschichte, oder? Also wenn bei deinem Verein dann irgendwie schon der Sohn spielt von einer durchaus Legende, also jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht auf Hans-Krankenniveau, aber doch eine Legende, auch wenn er die Meisterzeit nur zweier Goli war und der spielt dann schon und kommt rein und dann gibt es noch den Bull, das ist schon schön. Also da kann man sich, glaube ich, schon freuen. Das sind schon so ein bisschen sind diese Dinge, die man sehr, sehr gerne hat als Fan eines noch dazu Traditionsvereins, die Rapid ja ist. Ja, also ein 1 zu 1 in dem Fall bringt beide Teams jetzt nicht zwingend weiter, wobei, noch einmal, es ist noch so ewig Rapid aktuell auf zwei, der WRC auf der drei mit Verlustpunkten natürlich, die haben alle wirklich alle sechs Spiele gespielt, Salzburg ja mit zwei Spielen weniger aktuell auf der fünf und Sturm Graz mit einem Spiel weniger aktueller Tabellenführer der Admiral Bundesliga. Übrigens, es ist 45 Jahre her, dass Reinhard und Wolfgang Kienast gemeinsam das Rapid-Tress trugen. Also auch wieder eine... Und dreimal dürft ihr raten, dreimal dürft ihr raten, wo der Peter das gelesen hat. Richtig, meine Güte. Ja, das ist so typische, das ist so typisches Horst-Hötzsch-Wissen. Ich bin ja großer Fan von Horst-Hötzsch, toller, toller Sportjournalist. Horstig! Genau, richtig, das war aber in Graz. Nein, deswegen rufen sie immer in der Wiener Stadthalle. Ach so. Nicht wegen dem Horst Koff, sondern Horst! ja, alles klar, mein Horst Koff, meine Güte, das waren noch Zeiten. Ich hab jetzt gedacht, du meinst Horst Held, der immer gefordert wurde, so in Osip-Zeiten, das war nämlich auch dieses Horst, die, Horst, die, nie spielen dürfen und dann war er bei Stuttgart wieder richtig gut danach. Hat der Herr Hötzsch sicher noch nie gehört, dass mir jemand Horst... Ja, ganz sicher noch nie. Ja, war eine Rumpfrunde, aber dann trotzdem eine sehr interessante aus unserer Sicht das Topspiel Blau-Weiß-Linz mit 1-0 eben gegen den Lask und die anderen Teilen mit 1-1. Das hat schon noch zu Rapid, weil das ja auch als Frage reingekommen ist und das nehme ich jetzt vorweg und dann können wir so andere Fragen machen. Warum Rapid dann nicht schafft, dass sie da... Ja, also das ist schon, man muss schon sagen, als einerseits natürlich diese, gibt es die Verletzungsthematik wohl natürlich ja, sondern war jetzt ein extrem wichtiger Spieler. Burgstaller war auch wieder in Überform, Belio war jetzt wieder dabei. Er war eh in Ordnung gespielt, aber hat er bisher jetzt noch nicht das gebracht, was man vielleicht erhofft hatte. Aber man darf ja trotzdem nicht vergessen, wo Rapid herkommt, wie Rapid sich jetzt versucht sukzessive zu verbessern, wie Katzer das übernommen hat, versucht von Transferperiode zu Transferperiode mehr seine Ideen da einzubringen. Klaus ist auch noch nicht so lange da. Die sind auf einem richtig guten Weg, aber es ist dann halt noch nicht so, dass sie auf diesem Weg sind, dass sie halt dann auch, wenn sie so viele Ausfälle haben, dann von heute auf morgen gefühlt, weil das ist es dann im Endeffekt in Fußballzeiten, wenn es innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten gehen soll, dass sie so weit sind, dass sie diese ganzen Spiele dann einfach gewinnen und der WC ist eine richtig gute Mannschaft. Das darf man auch nicht vergessen und Rapid ist auf einem guten Weg, aber es wird halt dauern, wirklich ganz oben angreifen können. Das sind sie wahrscheinlich einfach noch nicht so weit. Jawohl. Genau. Hartzberg, übrigens ganz kurzes Update, da spitzt sich ja die Trainerfindung schon langsam, aber sicher zu. Kandidat Nummer 1 soll aus Kei-Informationen Manfred Schmid sein, der Ex-Austria und Ex-WRC-Trainer, aber auch Jürgen Säuml und Mitya Möretz aus der zweiten Liga ja bekannt. Jürgen Säuml, Sturm 2, Mitya Möretz, FAC sollen ein Thema sein. Zuerst gehört bei DBLW. Ja, aber das haben wir ja schon gemut gemacht. Und jetzt ist weiterhin auch so die ganze Geschichte. Ja, spannend, 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 was da bei den Hartbergern weitergeht. Wird auf jeden Fall ein großes Thema sein, dass die jetzt bald mal in die Spur finden auch das Ganze. Werden wir dann aber auch in der Vorschau dann besprechen am Donnerstag. So ist es. Wo sind wir jetzt angelangt, lieber Peter? Ah, wirklich? Ich bin immer so langsam. Da, ist das das da? Ah, da gibt es ja neue, gell? Ja, da gibt es ganz viele neue, unterschiedliche Jingles, die uns der liebe Matthias Bascottini eingesprochen hat. Puh, wie werden wir das jetzt? Und eingesprochen hat er unsere Einspieler, um rechtlich alles richtig zu machen, wenn wir dabei sind zu sprechen über Achtung, Werbezeit. Keine Sorge, es ist kürzer als ein Flug nach Madrid und hat mehr Beinfreiheit. Nicht so schlecht, oder? Flug nach Madrid, interessant. Kürzer Flug nach Madrid, mehr Beinfreiheit. Ja, stimmt, mehr Beinfreiheit. Ich meine, kann man sich selber aussuchen, welche Beinfreiheit man haben möchte. Aber Flug nach Madrid in diesem Fall nicht, sondern diesmal geht es nach England. Yes. Unser Partner Ruefa Sport, Ruefa. ht. Slash Sport. bringt euch in die für viele angeblich beste Liga der Welt, in die englische Premier League, was ja durchaus auch als DBLDW-Fan interessant ist, weil da sind ja sehr viele Alumnus unterwegs. Also wer jetzt zum Beispiel Manchester United sehen will, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er Rasmus Heulun sieht. Aktuell glaube ich noch verletzt, aber bis man dann die Reise antritt. Ja, da ist immer alles inkludiert, also da hat man den Flug, Fluss Tickets. Du bist Sturmfan, aber dass du als ersten DBLDW-Alumnus Rasmus Heul bei Manchester United siehst und nicht Erling Haaland bei Ben City sagst. Ja, stimmt eigentlich richtig. Spannend, eigentlich könnte man Erling Haaland sagen, der war ja erst im Fokus wegen dem Nationalteam. Oder Dominik Sobosley zum Beispiel bei Liverpool. Ja, okay, könnte man auch. Ich kann mich noch erinnern, wie Dominik Sobosley in Graz gespielt hat mit Red Bull, da war ich damals noch im Stallensprecher oder schon Stallensprecher und da haben wir gedacht, bist du deppert, ist der gut. Was das für ein Kicker war, ist unglaublich, den zuzuschauen, war Wahnsinn. Er hat ein Tor da gemacht aus 25, 30 Meter einfach so in, ja, jetzt schieß ich halt einmal, bumm. Es gibt so Fußballer, muss man schon sagen, da geht man nur wegen dem eigentlich ins Stadion, also an die Anfield Road jetzt zum Beispiel in Liverpool. Ja, also es ist aber genauso im Angebot Crystal Palace zum Beispiel. Sehr cool, Oliver Glasner. Wer Oliver Glasner an der Trainerpark auch einen Alumnus, also sowohl als Spieler als auch als Trainer, sehen möchte, auch das ist im Angebot. Ja, was wäre da, gut, du wärst Liverpool, oder? Ja, okay, warst du schon mal in Anfield? Ich war einmal dort, aber im Außerirdsektor von Arsenal. Ah, okay. Also Anfield Road ist schon mal ganz groß. Mir taugt sich, was Parueva ja, das Lässige ist, dass du einfach die Tickets dann hast. Ja, das ist ja immer das Thema. Das ist das, du brauchst dann hinten nichts scheren. Du drückst einfach auf ein paar Knopferl, lass dich bedienen und dann geht's los und dann fliegst drüber. Die ganze Reise ist organisiert, du bekommst deine Tickets, du weißt, dass du da drinnen sitzt im Stadion und dieses Stadionerlebnis haben wirst. Wir waren vor Jahren einmal in London und dann haben wir uns natürlich auch irgendwie Spiele checken wollen und dann haben wir halt bei diesen ganzen Top-Spielen halt nichts bekommen und haben uns dann vorletzte gegen letzte angeschaut, wobei im alten Upton Park war das nicht ganz so schlecht, West Ham gegen Wolverhampton. Aber trotzdem ist es halt einfach besser, wenn du die einfach zurücklernst. Ich bin halt so. Vom Typ her, ich möchte mich da nicht auf irgendwelche großen Risiken einlassen, ich möchte von daheim aus wissen, ich fliege da jetzt rüber, habe da ein Lessig's Hotel irgendwo in der Nähe des Stadions am besten und dann schauen wir das Ganze an, um einfach Komfort zu haben und es funktioniert bei Ruefa Sport sehr, sehr gut. Ja, weil sonst ist es, ich meine, es ist ja de facto wirklich so, du buchst vielleicht sonst Flüge, dann hoffst du, dass du Akkorden kriegst und dann weißt du zwei Wochen vor, ob du Akkorden kriegst oder nicht und dann schaust du den Kick im Pub an, wo dazu noch kommt, dass den meisten Pubs haben sie gar nicht mehr die Rechte, um die Spiele zu zeigen. Also das ist wirklich eine gute Idee. Ich war ja wirklich sehr oft und immer wieder in England Fußballspiele anschauen. Crystal Ballas zum Beispiel auch damals, wie journalistisch, wie Johnny Ertel dort gespielt hat, habe ich ihn interviewt fürs Sturm Echo damals. Ach, das waren noch Zeiten. Das war allerdings nicht Premier League damals, aber auch toll, ja. Das ist der Selhurst Park. ruefa.at slash sport schaut es mal rein, checkt es aus. Werbung Ende. Ja. Also wenn man über, jetzt dürfen wir den Namen schon nicht, innerhalb des Werbeblings nicht mehr sagen, also wenn wir über Ruefa reden, kann man immer sehr schwärmen und erzählen über die anderen Ligen, wobei ja unsere eigene Liga ja so groß ist und so doll. Wir mögen die ja gar nicht, dass ich würde doch, also ich würde doch nie fremd gehen und mir mal ein Premier League Spiel anschauen, also ich doch nicht, das ist ja entsetzlich. Nein, gehört schon auch dazu manchmal. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt das halbe Auge natürlich. Das halbe Auge, natürlich habe ich da. Das könnte ich eigentlich so anzeigen. Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten. Bla, 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 bla. Das war übrigens Giovanni Trapattoni. Ja, danke. Wenn du da bist, wird einem erklärt, wer die Leute sind. Ja, aber muss man ja. Aber ich, hast ihr recht. Ganz ehrlich. Hast ihr recht. Die Leute kennen ja keiner. Nein, da sieht man wirklich den ausgebildeten, professionellen Menschen mit dir und weil ich denke an solche Sachen ja wirklich nicht. Wenn ich schreibe, denke ich viel mehr daran, dass ich erklären muss, weil die Leute ja das sonst nicht. Aber im Reden, glaube ich immer so, das ist ja selbstverständlich. Ihr habt ja dann 13-jährigen Schnupperpraktikanten bei uns. 13. 13-jährigen Schnupperpraktikanten, die sie berufspraktischen Tage hat gerade aus Löffelbach bei Hartberg übrigens gesprochen. Noch nie gehört, dass es diesen Ort gibt. Ja, und der wollte übrigens am Wochenende ins Stadion gehen bei Hartberg, hat er mir erzählt, aber ist leider nicht gegangen, der David Liverpool. Und mit dem habe ich über Moderatoren gesprochen und dann auch über Fußballer und zwei davon hat er gar nicht mehr gekannt, wo ich mir gedacht habe, ich sage jetzt einfach nichts besser. Ich weiß nicht genau, welches worden ist. Aber eben, du musst den jungen Kollegen das schon erzählen. Wir fangen mit dem Giovanni Trapattoni jetzt nichts mehr an. Das ist ja 2011er Jahrgang. Ja. Ja, Wahnsinn. Mein Kind ist 2016. 2011er Jahrgang, da habe ich gerade bei der Antenne damals das Praktikum gemacht. Ja, 2011er Jahrgang. Bald schicke ich da mein Sohn. Ja, warum nicht? Nein, weiß ich nicht. Aber, ob ich das will, nein. Nein, halbes Auge zur Erklärung, Thomas, was ist das? Wir haben, ja, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Ja, gell, das ist wirklich komplex. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Das Auge haben wir ja meistens, wie ihr wisst, in der Vorschau mit Klaus Augenthaler, Auge, haha, und da gibt es immer vier Fragen für Antworten. Jetzt gibt es nur das halbe Auge, also nur zwei Fragen und zwei Antworten. Die zwei Fragen stellen nicht wir, sondern ihr. Genau, die kommen aus der Community. Sehr gut. So, eine Frage, wie ich mich ganz klar entschieden habe, vielleicht ab 6, das nehmen wir, weil das passt gut, das müsste man sowieso ansprechen. Und zwar ist das die Frage von Anerlein5CH3RZ1, Anerlein, liebe Grüße gehen raus, und zwar, kann Mani Zakaria Sturm 2 helfen oder sollte man ganz auf ihn verzichten? Wie siehst du das, Thomas, oder Sie das beantworten? Nein, du kannst das gerne beantworten, wenn du magst. Also, wenn er für die zweite Mannschaft spielen möchte und da dann auch seine Leistung bringt, so wie viele in Österreich das schon gesehen haben, dann wird er auf jeden Fall der zweiten Mannschaft helfen. Also, so einen Spieler in der zweiten Liga zu haben, ist eigentlich utopisch, aber ja, hat sich so ergeben, anscheinend, aus den letzten Wochen und Monaten, wo vieles nicht ganz, also aus beiden Seiten nicht ganz richtig abgelaufen ist oder nicht, bei beiden Seiten, richtig, es ist einfach unglücklich gelaufen, finde ich. Ja, ich glaube schon, dass es, ich meine, so wie ich es von Norman habe, ist es schon, das ist natürlich eine extrem bittere Situation. wenn er sich den Knöchel nicht bricht, dann spielt er wahrscheinlich bei der Euro. Dann ist er jetzt ganz sicher irgendwo anders. Dann hätte er es wahrscheinlich auch ohne Berater geschafft. Man hat es ja von Schicka so ein bisschen gehört, dass es halt nicht so leicht ist, ohne Berater das zu machen. Zwischen den Zeilen hätte ich auch gehört, dass es jetzt eine Berater gibt bei Sakharia. Es gab da wohl auch Angebote, zum Beispiel aus der MLS, zum Beispiel aus Zypern hat es geheißen. Das hat ihm halt nicht zugesagt, ist ja auch in Ordnung, man muss ja nicht alles annehmen, das spricht ja auch für ihn. Es ist natürlich die Situation, so der Sturm da, also Schicka hat immer eine Klarheit, das hat Jakob Janscher auch erfahren, im letzten Jahr, da war auch eine Klarheit, okay, die Position, die Situation gäbe es und er hat sich dann auch für was anderes entschieden und für Sakharia ist es halt, ja, ist jetzt natürlich ungeschickt. Also David Affengruber war jetzt auch nicht ideal, der ist jetzt bei Elche, hat jetzt erstmals 90 Minuten gespielt. Super Chance auch gehabt. Das heißt übrigens Elche, habe ich jetzt von Pablo erfahren, von meinem Fußballkollegen. Bravo Pablo. Ja, und warum ich das aber auch gerne ansprechen wollte, ist, und ich glaube aber, ich hätte es auch jetzt, der spielt jetzt auch in der Zwei, das passt ja dann auch für ihn. Ja, jetzt kann man natürlich fragen, okay, vom Leistungsgedanken her gibt es, wäre vielleicht über dem einen oder anderen manchmal, wenn er gerade in Form ist, andererseits sehen sie dann auch das Wertpotenzial, ja. Und das ist dann betriebswirtschaftlich schon sinnvoll und ökonomisch sinnvoll und das kann man dann schon nachvollziehen. Warum ich es auch ansprechen wollte, ist wegen Oma Solé, weil der ist ja im Prinzip, also die zwei Top-Teams in Österreich haben ja beide mit einem richtig guten Spiel eigentlich ein Thema gehabt. Bei Solé ist es ein bisschen eine andere Situation, den wollte man gehen lassen, der wäre dann am Ende vielleicht sogar gratis gehen können, nachvollziehbarerweise, weil jetzt ist der Vertrag aufgelöst worden. Also da hat man sich einfach klar dafür entschieden, der war vor ein paar Monaten Nano-Aktie, man hat schon immer mitkriegt, dass er Themen hat und Probleme macht, da hätte man vielleicht, so im Nachhinein, im Nachhinein ist es immer gescheiter, aber wenn sie ihn jetzt im Winter verkauft hätten letztes Jahr, dann hätten sie halt acht bis zehn Millionen gekriegt wahrscheinlich und ob es vielleicht wären es sogar meist, wie auch immer, ist immer müßig im Nachhinein, man trifft Entscheidungen und nach bestem Wissen und Gewissen, dass sie den Vertrag jetzt auflösen, mit ihm ist schon ein klares Zeichen dafür, dass sie dieses Thema weghaben wollen. Ja, das stimmt, sie wollen ihn einfach unter Anführungszeichen nicht mehr sehen. Genau, weil er hat bei Lieferung jetzt trainiert und dazwischen doch wieder bei uns und sie wollten das Thema einfach nicht haben und das ist aber oft für ein Teamgefüge auch die bessere Entscheidung. Also insofern nachvollziehbar, für ihn jetzt wird es schwierig, er ist noch immer im besten Fußballer, Alter, er ist noch immer ein extrem guter Spieler, der wird schon irgendwo runterkommen, und wenn er halt irgendwo in Saudi-Arabien kicken geht. So, zweite Frage, puh, was nehmen wir da? Das ist keine Audiofrage, weil dann ist das immer so leicht, welche wir nehmen, weil das muss ich schon mal noch nicht so, ähm, ähm, ja, oder magst du da Zahl sagen? Egal, sag einfach. Da, wer ist der beste Stürmer der Liga? Das ist eine schöne plakative Frage, wer ist der beste Stürmer der Liga? Hau raus! Boah! Hat übrigens gefragt, ähm, Phil.tich. Ich begrüße übrigens noch an Leno Watz, ich finde, du stellst eine hervorragende Frage, bitte mach weiter, das nächste Mal nehme ich wieder eine von dir. Boah, das ist echt schwer. Hast du so vor deinem Kopf? Ja, das ist so, so, so obvious, wenn man Karin Konaté sagen würde jetzt, aber, 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 ich meine, wenn es das, aber ich meine, es ist nicht die Frage, wie du es bewertest, wäre es der beste Spieler im Gesamten, das heißt, wäre es so wirklich der beste, Beste, oder wäre es dann der wertvollste quasi im Gefüge seiner Mannschaft, im Gesamten, dann wäre es wahrscheinlich zum Beispiel Ronivaldo, relativ schnell, jetzt weil er wieder getroffen hat, oder vielleicht, oder Gustavo, aber wäre es der beste Stürmer der Liga, Gesamtpaket, bester Stürmer, es ist echt schwer. Also ich würde einmal, also diese Frage öffnen, bin ich mir sicher für alle anderen auch, bitte auf Spotify, auf Instagram, überall, wo ihr uns schreiben möchtet, bitte schreibt es uns auch auf YouTube, wenn ihr gerade zuschaut, schreibt es hier in die Kommentare rein, Es ist auch voll schwierig, Genau, es ist auch voll schwierig, weil, ich meine, Güte Burgstaller ist so, ich meine, der war seine ganze Karriere einfach ein richtig guter Stürmer, aber ist er der beste Stürmer der Liga? Andererseits hat er es halt über ganz lange Zeit bewiesen, dass er es kann, in verschiedenen Ligen und bei verschiedenen Vereinen, aber natürlich hast du bei, wie du sagst, beim Konaté, siehst du natürlich mehr Potenzial, vielleicht beim Biref auch. Ja, ich werde wahrscheinlich, ich glaube, ich bleibe bei der Einfachheit bei Konaté, glaube ich, es ist echt schwer. Schwierig, diese Superlativ-Fragen, weil es aktuell nicht so leicht ist, also die letzten Jahre, Patz und Daka zum Beispiel, in der Phase jetzt sofort gesagt, ja sicher ist das der beste Stürmer, oder eben Erling Haaland oder so, da hast du gewusst, das ist einfach der beste Stürmer der Liga, aber jetzt so richtig, Karin Konaté überzeugt mich auch nicht immer, das ist eher das Problem. Ja, der wirkt so, als würde ihm, der wirkt so, als würde ihm manchmal ein bisschen so was von der, im mentalen Bereich so ein bisschen was fehlen, oder? Also er wirkt nicht immer so voll drauf, ist jetzt natürlich ein gemeines Ferndiagnöschen, aber trotzdem, ja, ich weiß, es ist extrem gemein. Ja, aber ja, ist wirklich schwierig. Ich nehme trotzdem Karin Konaté, weil du ihn nicht so beleidigt hast. Ja, genau, ich bin ja bekannt dafür, dass er immer Menschen so beleidigt. Das ist ein Ungustel. Wenn du könntest, wenn du Robert Schuler Stürmer siehst, könntest du ihn vielleicht annehmen, weil der ist halt trotzdem mehr Zehner. Nein, ich nehme Karin Konaté. Passt, wir bleiben bei Karin Konaté und noch einmal an dieser Stelle, wenn ihr eine Audio schickt, dann müssen wir uns auch nicht so viel entscheiden und überlegen und ich muss noch nicht, aber ihr könnt uns trotzdem gerne Fragen schicken, weil es ist super, dass so viele Fragen schicken. Großartig, ist ganz toll. Hätten sich auch wirklich sehr viele Fragen verdient, beantwortet zu werden. Hätte er gesagt. Gut, gehen wir auch Rackling? Willst du schon? Ja, bitte. Oh Gott, das will. Geht schon los. Bist du bereit? Voll. Es ist total schön, wir haben uns viel zu lange nicht mehr gesehen. Es ist schön, dass wir uns jetzt wieder mal sehen. Es könnte länger dauern, die Folge. Schauen wir mal, wie lange ich so Rackling habe. Ja, oje. Das DBLDW-Orake. Zusammengespielt mit Martin Stranzl und Robert Golematz. Zusammengespielt mit Franz Wohlfahrt und Andreas Herzog. Mit Rene Aufhauser und Milan Dudic. Mit Kohai Kudo und Didi Kübauer. Mit Robert Ibertsberger und Olivier Echufani. Wie heißt das? Deus. Zusammengespielt hat der Mann auch mit Yashi Cemczek und Florian Kainz mit Jakob Iancho. Es ist nicht Mario Haas, oder? Ich habe heute in der Früh schon gedacht, eigentlich wäre heute Orakel voll aufgeklickt, Mario Haas, aber macht er wahrscheinlich nicht, weil es so odd wie es ist. Mario Haas, der Bomber, feiert heute tatsächlich am Montag, dem 16. September 2024, seinen 50. Geburtstag. Immer gedankt. Ja, danke. Ich finde es eh gut, dass du ihn reinbracht hast. Die hätten es sonst im Outro gefeiert. Der Bomber. Du kennst den wahrscheinlich ja irgendwie auch. Mittlerweile gar nicht so schlecht, ja. Ich habe ihn immer ein paar Mal interviewt und habe das auch immer sehr, sehr sympathisch empfunden und sehr cool. Natürlich sowieso, weil Kindheitsidol. Ich habe das in meinem Freundeskreis erzählt, nur ganz kurz, für dich ist es selbstverständlich, aber ich bin einmal auf der Presse-Tribüne gewesen und da habe ich halt irgendwie zwei, dreimal was gemacht in den letzten Jahren mit ihm. Und dann geht Mario Haas gerade runter, dort in Libyen und geht man so dann runter, diese Wendeltreppe und sieht mich und dreht um und gibt mir die Hand und das in meinem Freundeskreis dann halt so erzählt. Mario Haas hat mich begrüßt, er ist für mich so halt, aber er ist ja wirklich ein total ehrlicher und sympathischer Typ, also wirklich. Den kann man nicht nett mögen. Er ist wirklich eine Legende. Ja, ist er. Ich habe eine, ich habe das schon mal erzählt, ob da im Rahmen dieses Podcasts, aber ich bin vor Jahren einmal gefragt worden, ob ich beim All-Star-Hallen-Fußball-Match mitspielen möchte. Da war, der SK Sturm hat immer ein Jugendturnier, ein Jugendfußballturnier in der Post Halle in Graz veranstaltet von der EU, keine Ahnung, Achtweg bis zur U14 oder so. Immer rund um, im Winter, im Jänner und dann gibt es immer bei der U13 oder so kommt dann auch immer der Support, das haben Sie sich ja ein paar schon im Internet gesehen, kommt dann die Kurve mit 200, 300 Leuten oder so und feiert, also feuert die 13-jährigen, 12-jährigen Burschen an, die gerade in der Halle unten kicken. Das ist richtig cool, also da geht, die ganze Halle ist voll und super Support, also wirklich mit den Sturmgesängen, die sonst auch jeder kennt aus dem Stadion, also echt cool. Und im Zuge dessen gibt es dann immer so ein Highlight-Match, da spielen immer die Sturmlegenden gegen ein All-Star-Team. Und die sehen ihn anscheinend, die wollen zuschauen an dem Tag, am Vormittag und dann kommt Chili Brillasi zu mir her und sagt so, du Thomas, hast du was Lust am Nachmittag? Und ich so, keine Ahnung, hast du nicht? Ja, scherz dich mitspielen im All-Star-Team? Und ich so, ist das jetzt eine Scherzfrage oder so? Ja, hast du deine Hallenschuhe dabei? Ich wohn nicht weit weg von da. Ich sage, ja, nimm es bitte mit, weil bei uns sind ein paar abgesprungen und das können wir schon verkaufen, als quasi Stadionsprecher und damals noch Antennemoderator und Kick-Taverno und ich war dort mit tausendprozentiger Sicherheit mit einer der Fittesten auf dem Feld, aber mit Abstand, war auch der Schlechteste im Feld. Ah, wirklich? Ist das noch so? Du hast ja doch, du hast Akademie gespielt bei einem Verein und bei einem Verein, genau. Sehr schön. Warst du schon, Vierte Liga war es höchste? Ja, Viertel Liga, ja. Es ist schon nicht so niedrig eigentlich. Ja, aber es ist Unterschiede. Aber abgesehen davon, dass ich jetzt nicht der beste Hallenfußballspieler der Welt bin, aber ich habe eher Platz gebraucht in meinem Leben. Aber egal, jedenfalls war es dann so, dass ich habe dann in diesem All-Star-Team gespielt mit Toni Ehmann, mit Nastia Che, mit dem ihr letzte Folge hat mitgespielt. Toni Ehmann, Nastia Che, mit Johnny Ertl, mit, ich glaube, Diego Rottensteiner war auch noch mit dabei. Ah, der hat in jeder Liga getroffen, der war mit Diego Rottensteiner. Und noch zwei Legenden, da hat man aber nicht mehr einen, wer da noch mit dabei war. Und gespielt habe ich halt gegen Haas, Rheinmeier, Prilasnik, Schopp, Muratovic. Und Muratovic ist sicher ein absurd geiler Hallenkicker, oder? Das war Wahnsinn und du denkst dir so, ich habe mir halt gedacht, lustig war übrigens, Toni Ehmann kommt raus, alle am piffen, das war einfach nur geil, eine absolute Obermaschine, Toni Ehmann, kommt dann raus, dann bin ich halt rausgekommen, haben ein paar mitgeklatscht und so, und ich bin dann, ich bin dann, als letztes ist dann Mario Haas gekommen, ich bin so als Vorletzer, als Drittvorletzer gekommen und so, ja, der ist halt auch dabei und dann kommt dort Mario Haas und der ganze Raum, die ganze Halle war stehend, unfassbar, eine, eine, es gibt noch eine. und Mario Haas und dann steht er neben mir und sagt, und? Was sagst du? Geil, oder? So voll, und ich bin dann schon ihm ganz laut gehabt, ich denke mir so, wie geht es dann ihm, also das war Wahnsinn, ich habe dort in diesen, was weiß ich, 10, 15 Minuten, wo er gekickt hat, keinen Anzing-Ball gesehen, gefühlt, Martin Ehrenreich hat dann mitgekickt, hat mir einmal währenddessen die Hose runtergezogen, während der Spiels, also es war komplett absurd, er klingt ja nach Martin Ehrenreich, ja, es ist komplett absurd, aber es war echt, er ist ein Teammanager, das ist bestimmt auch langjähriger, Spieler. Auch die sogenannten grauten, wie viele Fußballfenster draußen vielleicht zu einem Pony Ehmann sagen würden. Ja, was glaubst du, die kennen es nicht. Oder Johnny Ertl, der hat in die England gekickt, der kann nur graut ausgefahren, das sind alles richtig gute Fußballer und allen voran halt vorne Haas, Abschlusskopp dort, Wahnsinn. Richtig gut. War sehr spektakulär. Stark, ja Mario Haas. Mario Haas hat Sturm-Echo verkauft, als Sturm-Nachwuchsspieler, hat als Lehrling tatsächlich bei der Montage des Flutlichts in der Kurm geholfen und also wirklich ein schwarz-weißer durch und durch. Wer hat dich dann dafür überzeugt, dass es dann doch Mario Haas ist, weil ich habe ja extra zu Beginn... Ich habe es mir bei den ersten drei schon gedacht, na, das wäre zu obviös. Ja, Golematz hat ja Arbeitsstuhl geschickt. Ja, Golematz, das war dumm von mir. Ja, Golematz, wenn ich wusste, ist dann geschaut, dass er so, ah, verdammt, Golematz, kann jetzt passen. Ja, es hat halt alles immer dann gedacht, es hat alles irgendwie zusammenpasst, weil es halt irgendwie so, genau, weil Dudic, wenn man dann, bei Dudic hast du mir auf die Salzburg-Fährte gebracht, dann bin ich draufgekommen, dass der Dudic ja aber eh bei Sturma kriegt. Deshalb gesagt, den habe ich mal kennengelernt, das ist ja sympathisch, was soll das denn waren? Sympathischer Kerl eigentlich. Ja, und ja, deswegen, es war... Ja, ist okay, verstanden. Gratulation. Gut. Haben wir noch was? Ja, was ich nur noch anmerken wollte, ist, dass unter den vielen bekannten österreichischen Fußballern, die noch keinen Verein haben, ist einer nicht mehr, nämlich Raphael Holzhauser, mittlerweile 31-jährig, hat er in einem Verein gefunden und der zweifache ÖFB-Nationalteam-Spieler ist nun beim FC Massa Schlock aktiv, also ich schreibe mal Massa Schlock, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es Massa Schlock ausspricht. Ich war dort nämlich mal ein paar Nächte, das ist dieses Städtchen im Süden mit dem kleinen Hafen, wo ganz viele bunte Häuser sind. Malta. Malta ist das, völlig richtig, ja. Und wer... Ich habe schon mal erzählt, wer auf Gozo der Goalgetter war, oder? Terry Fijö-Tazameta. Der Alte, also nicht der Junge, der jetzt als Nachwuchstalent Raphael Holzhauser ist übrigens der WSG Tirol angeboten worden. Wirklich? Aber dem hat er gesagt, kein Bedarf. Dem hat er gesagt, kein Bedarf. Naja, okay. Ja, Raphael Holzhauser sicher im Gesamten, also es ist ja wirklich ein interessanter Spieler, also er ist ja ein genialer linker Fuß, aber... Raphael Holzhauser ist auch dem DSV hier oben letztes Jahr angeboten worden. Ah, okay. Auch kein Bedarf. Okay, alles klar. Ja, der hätte er wahrscheinlich gut verdienen können. Ja, warum nicht? Ich glaube, also ich muss schon sagen, bei dem könnte man sich schon meinen, könnte man schon meinen, dass er vielleicht mehr erreichen hat können. Andererseits hat er schon eine ganz spannende Karriere. Also wenn du das magst, dass du so viel Unterschiedliches siehst, denke ich mir, das ist immer ganz cool. Bist du mal in Belgien, Luxemburg, dann bist du mal auf Malta, das ist ja cool. Ich bin bei dir, also ich glaube... Also wenn ich Profi geworden wäre, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht, bevor ich sieben Jahre irgendwie bei Austria spiele. Eine Legende bei Austria wirst, stimmt. Ja, okay. Das ist echt blöd. Das ist echt eine Chance. Nein, das ist ja voll umsonst. Ja, okay. Ja, stimmt. Es ist alles super. Es kommt ja so, wie es kommt, einfach. Schön gesagt. Ja. Möchtest du noch sonst noch was sagen? Nein, mein Ginger-Pier ist leer, tatsächlich. Hau noch mal das Ding rein. Was denn? Bei den Junior-Dings, den Gesang. Die Leute sollen mit dem Gesang von Junior Adamo aus der Folge rausgehen. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt. Die beste Liga der Welt. Mas kein bisschen hinter dasBS-AmbDing. Die beste Liga der Welt. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020